Sie beherrschen SIVA noch nicht. Das ist alles neu für Sie. Geh zu Tyra. Sie hat SIVAs Ursprünge studiert. Es endet nicht mit den eisernen Lords. Es gibt noch mehr Geheimnisse ans Licht zu befördern. Die Spleißer verstehen die volle Macht von SIVA noch nicht. Das ist dein Vater. Das Erbe der eisernen Lords ist gesichert. Zeit, an dich selbst zu denken. Jetzt gerade wird Geschichte geschrieben, Hüter. Ich bin Baba, ich bin Baba, ich bin Baba. Gut, das ist die Szene. Vielen Dank.